Musik Das ist Hans-Dieter. Hans-Dieter ist kürzlich nach Wittenberg gezogen. Er geht in die Klasse und merkt, dass seine neuen Mitschüler ihn ignorieren. Er stellt sich der Klasse vor und sagte, Ich heiße Hans-Dieter. Setz dich doch zu Klaus. Klaus ärgert Hans-Dieter heimlich im Unterricht. Aua, lass das. In der ersten großen Pause steht er allein auf dem Pausenhof. Dann kam Klaus und seine Freunde, die schubsten Hans-Dieter auf eine Bank. Sie nahmen seinen Ranzen weg und schlugen ihn. Markus sah das von weitem, ging hin und zerrte Klaus und seine Freunde weg. Sie rannten in das Sekretariat und sagten alles der Schulleitung. Auf Wiedersehen. Aus schlugen ihn. Gut gefhrères. Aus schlugen ihn. Diener. destroyed sein José, tr Dominik. Sjöne. Ab XXVVVVVVVVVVVV.